Hallo zusammen, hier ist der Jeff der Chef. Bis heute habe ich eure Sendung immer super toll gefunden. Ihr merkt, ich rede in der Vergangenheitsform, weil was ihr für Karikaturen im Studio habt, das geht ja gar nicht. Warum ladet ihr nicht mich ein? Warum immer mein Doppelgänger vom grössten Trainer, der je gearbeitet hat in der Schweiz, also in Thun? Denner sieht er noch viel schlechter aus als ich, vor allem seine Haare sind ganz schlimm. Aber zum Berner Derby, wir werden sicher ein paar Ratscheien geben, aber wir müssen natürlich stark auftreten, darum habe ich dem Dennis Hediger gesagt, wir müssen noch ein paar Muskeln mehr aufbauen, solange das einfach nicht. Aber ich bin zuversichtlich und es gibt ein 2-2 für uns und ich schalte jetzt ab und ich möchte mich nie mehr anrufen. Die Soccer Lounge, presented by Raiffeisen, every Monday at 7pm on SportalHD.com